Einfach traurig, Bruder. Es ist einfach traurig zu beobachten, was hier passiert in Deutschland, was hier gemacht wird und wie das die Menschen mit sich machen lassen und einfach mitspielen. Das ist halt, tut weh, sag ich dir ehrlich. Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Wann kommt wieder ein Vlog? Beste auf Arbeiten, Döner ziehen und einen Vlog von dir zu sehen. Joa, auch hier in Germany vielleicht mal einen Vlog machen oder was? Hab ich auch schon überlegt. Krass, ich hab genau heute, hab ich auch daran gedacht so, vielleicht mal hier einen Vlog zu machen, hier in der Ferienhütte von meinem Oma und von meiner Opa. Meiner Opa, hab ich jetzt gesagt und meine Oma. Auf jeden Fall so einen Vlog zu drehen, wie ich mein Holz fertig mach, wie ich den Kamin anschmeiß und so einen Scheiß. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber es wird auch demnächst wieder ein Video hier auf dem Hauptkanal auch kommen. Hoffentlich auch mehrere Videos. Eins ist auf jeden Fall in Planung schon. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Also wenn ich auf Reisen gehe, dann werde ich auf jeden Fall wieder Vlogs machen. Wenn ich wieder sage, goodbye Germany, dann werde ich auf jeden Fall wieder Vlogs machen. Aber hier in Deutschland passiert halt leider nicht so viel. Ist nicht so spannend, glaube ich, hier in Germany. Mal gucken. Ja, das Top-Thema hier in Deutschland sieht man auch schon in den Kommentaren hier. Top-Thema ist natürlich gerade das beschissene Thema. So, Impfen, Impfpflicht. Tufan sagt gerade, seine Eltern zwingen ihn dazu. Die haben ihm schon einen Termin gemacht, obwohl er nicht will. Ja, Jemmo sagt, wir sind hier zum Abschalten und Leute reden immer noch über Corona. Ja, Bro, auf der einen Seite, weißt du, fühle ich das, was du gerade schreibst. Ich sehe das genauso. Also, auf der anderen Seite, was erwartest du, weißt du? Was erwartest du? Weil, Digga, du schaltest die Nachrichten ein, du gehst raus, überall ist das Thema wieder präsent. So, mehr präsent als je zuvor. Und das ist für mich halt auch hart. Weil in den Monaten, wo ich mich in Mexiko befunden habe, habe ich mich mit dem ganzen Scheiß gar nicht mehr beschäftigt. Und ich musste es auch nicht und ich hatte auch nicht das Gefühl und das Bedürfnis, mich damit zu beschäftigen oder dazu was zu sagen oder so. So, weißt du? Das Ding ist halt, wenn du in Deutschland bist, wenn ich in Deutschland bin und hier stattfinde und mein Ding mache, dann ich kann halt gewisse Sachen auch nicht unterdrücken. Ich bin, ich kann, ich kann das nicht, weißt du? Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass alle das machen, denn ich bin einer, ich bin halt so dieses Real sein Ding. Und das zu sagen, was ich denke und was ich fühle, um mich nicht zu verstellen, das ist bei mir halt, steht halt ein ganz, ganz weit oben. So, wenn nicht sogar die höchste Stelle. So, wenn ich darüber nachdenke, was mich als Person des öffentlichen Lebens angeht, dann ich muss real sein, ich muss meine Fresse aufmachen, wenn ich irgendwas auf dem Herzen habe. So, ich kann das nicht unterdrücken, weißt du? Aber auf der anderen Seite ist es halt auch traurig und schade, dass man halt alleine dasteht, weißt du? Es ist nicht so, dass es in Deutschland niemanden gibt, der vielleicht auch so ähnlich ist oder auch einfach immer sagt, was er denkt. Das ist es nicht, das will ich gar nicht sagen, so. Aber vor allen Dingen die Leute, die ich halt auch cool finde und die ich früher gefeiert habe und wo ich gesagt habe, so, es sind auch Inspirationen für mich und so, weißt du? Das enttäuscht halt auch sehr krass, wenn du siehst, dass alle einfach ihre Fresse halten, so. Das ist halt, es ist so, 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 es ist einfach traurig, Bruder. Aber es ist einfach traurig zu beobachten, was hier passiert in Deutschland, was hier gemacht wird und wie das die Menschen mit sich machen lassen und einfach mitspielen, so. Das ist halt, tut weh, sag ich dir ehrlich. Mit meinem Neffen entspannten Tag gemacht, war schön. Geil, Digga. Liebe Rate, liberate your mind. Fühl dich, Digga. Neffe denn, man. Gib mir die Nephew-Vibes, Alter. Nephew! Hier hat einer unbekannt YouTube, hat eine Donation da gelassen. Super Chat, 4,99 Euro. Erstmal danke für den Support, Bro. Faust auf die Realness, Main. Skrrr. Dankeschön. Und er fragt, bist du mit ETFs oder Krypto am Start? Leider nein, ich bin nicht mit den Dingern am Start. Finanzielle Möglichkeiten sind gerade nicht so da, um da irgendwie einzusteigen. Ich hätte zu einem Punkt, hätte, wäre, wenn, will ich gar nicht aussprechen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wenn es wieder finanziell ein bisschen besser läuft, wo ich auf jeden Fall reingehen werde. Ich habe auch in Mexiko sehr viele Leute kennengelernt, die auch die Schnauze voll von Europa und den Regeln in Europa hatten und da jetzt leben. Gab es sehr, sehr viele, die das auf Krypto-Basis machen. Also die ihr Geld mit Krypto-Währungen verdient haben, mit verschiedenen Coins. Und dadurch habe ich halt auch einen guten Einblick gekriegt. Der eine Kollege von mir, der Axel, den habt ihr auch in einem Vlog gesehen, Frank Reich, der kommt aus Frankreich, der Franzose, der hat mich halt auch öfter mal therapiert, was das Thema angeht. Und jetzt hat er auch, der hat auch einen krassen, er hat einen krassen Gewinn gemacht, so einen richtig heftigen Gewinn gemacht. Und dann habe ich das kommentiert, die Story, und dann hat er gesagt, na Bruder, jetzt bist du traurig, dass der Zug an dir vorbei rollt, quasi so. Ich sage, nein, nein, Bruder, alles gut. Ich glaube, es ist immer noch nicht zu spät, um einzusteigen. Ja, ja, Siegfried hat recht, Digga, den Kommentar finde ich gut. Siegfried sagt, ich habe auch keinen Bock auf das Thema, aber langsam wird es eng. Das Problem lässt sich bald nicht mehr ignorieren. Das ist halt das Ding, ne? Wenn ihr, fuck, Digga, also wenn ihr schaut in anderen Ländern, was da abgeht, ne? Ich habe letztes ein Video aus Australien gesehen, dann habe ich auch irgendwas aus Frankreich gesehen und da ist es schon so weit, dass das Fass überläuft, quasi, dass Menschen das nicht mehr mit sich machen lassen. Ich habe halt die Befürchtung in Deutschland, weil es halt immer noch so ist, weil, guck mal, das Ding ist, wir brauchen auch Menschen in Deutschland folgen gerne. Menschen in Deutschland folgen gerne einfach, weißt du? Und man braucht Vorreiter, man braucht Leute, die eine Stimme haben, die Reichweite haben, die vielleicht auch gefeiert werden in der Öffentlichkeit. Man braucht diese Menschen als Vorreiter um den anderen Menschen Mut zu geben, Kraft zu geben, zu helfen, so. Aber ich sehe das halt als, ich weiß halt nicht, an welchem Punkt die Leute anfangen wollen, was zu sagen, so. Ab welchem Punkt sie, sie... Das Problem ist, das ist so wie, die warten halt auf den Zeitpunkt, wo es dann Mainstream ist, das zu sagen, und dann machen sie es auch, weißt du? Aber normalerweise muss es ja andersrum sein. Normalerweise müssen Vorreiter da sein, die ihr Maul aufmachen, die ein Statement abgeben, für die Leute, die keine Reichweite haben, für die Leute, die keine so eine große Stimme haben, damit Leute auch irgendwie folgen können. So, Kraft bekommen, Motivation kriegen. So, aber dann dazu müsste halt den Leuten das menschliche Wohlergehen, ne? Das menschliche Wohlergehen müsste für die Leute über deren Erfolg oder über deren... Ja, über deren... über deren Karrieren gehen, so. Weißt du? Also es muss... Weil die wissen halt, und es kann halt auch sein, dass du dann dich irgendwie... Weißt du? Sponsoren sich trennen, wenn Leute nicht mehr mit dir zu tun haben wollen, gerade wenn du Vorreiter bist, gerade wenn du einer von wenigen bist, der das Maul aufmacht. Und ich hab's an meinem eigenen... an meiner eigenen Haut gespürt. Und es gibt auch noch ganz viele andere Kollegen, die das auch schon an ihrer eigenen Haut gespürt haben, wie es ist, wenn man Dinge anspricht, die nicht Mainstream-Meinungen sind, was dann passiert. Und vor allen Dingen hier in Deutschland so. Und deswegen halten auch so viele, gerade in dem Bereich, aus dem ich komme, einfach die Schnauze oder supporten die andere Seite, weil die sich so auf der sicheren Seite fühlen, weil die keinen Bock haben auf diesen Shitstorm. Die haben keinen Bock auf dieses Canceln und die haben keinen Bock, Sponsoren verlieren, weniger Geld zu verdienen. Die haben da keinen Bock drauf, Bruder. So, mir war das alles in dem Moment, wo ich gespürt habe, hier läuft irgendwas verkehrt. In dem Moment, wo ich gespürt habe, die spielen hier mit unseren Menschen, Digga, mit meinen Brüdern und Schwestern, Digga, die versuchen uns zu ficken und davon war ich überzeugt in dem Zeitpunkt, dann muss ich meinen Maul aufmachen und dann ist mir alles egal. Da ist mir mein Erfolg egal, da ist mir auch die Sponsoren und so, das ist mir alles scheißegal. Auch wenn das alles im Nachhinein mich viel Kraft gekostet hat, mich sehr viele Probleme auch gekostet hat, Geld gekostet hat, ich habe viel dadurch verloren, aber ich kann mir wenigstens selber in den Spiegel reinschauen. Ich kann mir sagen, du hast alles dafür getan, aufzuklären, Menschen wach zu machen, dein Gefühl nach außen zu teilen. Bro, ob ich am Ende des Tages recht hatte, würde sich herausstellen, aber ich stehe halt hinter mir und hinter meiner Meinung und hinter dem, was ich gesagt habe, zu 100% mit allem, was ich habe. Und ich habe nach anderthalb, zwei Jahren jetzt gesehen, was los ist. Weißt du, wie ich meine? Ich habe es gesehen, Digga, Leute haben mich damals ausgelacht dafür, wo ich gesagt habe, warte mal ab, wenn es ein Jahr geht, zwei Jahre geht. Leute haben mich ausgelacht, Bro. Leute haben gesagt, was labert der, Digga, du sollst nur eine Woche zu Hause bleiben, dann geht alles wieder rund. Welcome. Welcome back, Alter. Weißt du, wie ich meine? Welcome back, Alter. Ihr habt es gesehen, Digga, Leute dürfen nicht mehr in fucking McDonalds was zu mitnehmen holen, wenn sie keinen Impfpass haben, Digga. So weit sind wir gekommen. Wir sind in einem Land, wo du mehr Angst davor haben musst, einen gefälschten Impfpass zu haben, als eine Vergewaltigung durchzuziehen. So, und das hört sich jetzt hart an, aber es ist leider Fakt. Und das ist, das ist die Realität hier in diesem Land und dieser fucking Realität müssen wir als Menschen noch in die Augen reingucken und dann müssen wir uns selber fragen, finden wir das richtig, finden wir das gut? Und wenn nicht, dann müssen wir auch was sagen, Digga, und keine Angst davor haben, was passiert. So denke ich und so fühle ich, weißt du? Mike sagt, ich finde dazu das Lied Wach beschreibt das Ganze am besten. Es gibt keinen anderen wie du auf YouTube, der nicht zurückschreckt, seine Meinung zu sagen oder auch zu rappen. Das feiere ich so an dir. Ich küsse deinen Herz, Mike. Dankeschön. Und ich bin ja für viele nicht mal Rapper. Das ist ja, ich meine... Ich küsse deinen extraf und jetzt nicht mehr